Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Lightbuild Box von Blutengel. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxenerhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Lightbuild von Blutengel, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, das Ganze kommt hier natürlich in Folie. Wir werden als erstes mal die Folie entfernen. Einfach hier mal aufschneiden. So, und dann schauen wir uns das mal an. Gut, das ist die Box. So sieht das aus. Wir haben hier eine Box im Hochformat. Wir lesen hier einmal den Namen der Band Blutengel, darunter den Albumtitel Lightbuild, Limited Edition. Und dann haben wir hier eine, es sieht recht düster aus, diese Umgebung, also alles hier so in Stein. Und hier dann auf diesem steinernen Podest, sieht es aus wie so ein Rednerpodest, steht dann hier diese junge Frau. Und hinter ihr ziehen schon so schwarze Schwaden auf. Also, es sieht auf jeden Fall sehr unheimlich aus in meinen Augen. Und, ja, sehr düster die Szenerie. Blutengel Lightbuild, Limited Edition, hier unten. Dann rechts das Logo vom Blutengel plus das Label Out of Line. Dann hier oben auch nochmal. Und links Ident. Gut. Auf der Rückseite haben wir wieder das Blutengel Logo. Dann lesen wir hier This Box Set Contains. Also hier sind die Box Inhalte einerseits nochmal aufgelistet, aber auch nochmal hier veranschaulicht. Also Lightbuild Deluxe Edition mit 2 CDs. Dann exklusiv Deluxe A5 Booklet. Scheinbar ein Poster Booklet. Dann das Buch von Chris Pohl, Lebe Deinen Traum. 2 CD Audiobook. Also das Buch, das es gibt als Hörbuch. Dann haben wir eine exklusive 3 Tracks Bonus Shape MCD. Also eine Maxi CD mit 3 Bonus Tracks. So, hier auch nochmal die Beteiligten und ein Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich hier aufklappen. Und als erstes kommt uns hier das Booklet entgegen. Es ist kein Poster Booklet, es ist tatsächlich so ein großes A5 Booklet. Dann haben wir eine CD, diese Bonus CD hier in einem transparenten Case. Dann das Hörbuch, das Audiobook, Lebe Deinen Traum. Und natürlich das Album an sich Lightbuild. Ja, ansonsten hier nichts weiter drin. Die Box hier innen in schwarz gestaltet. Und dann haben wir hier noch so einen Einleger, damit der Boxinhalt hier auch entsprechend in Form bleibt. Der ist hier so reingeklebt. Würde ich mal so belassen. So. Und zwei der vier Inhalte kommen hier noch verschweißt. Und zwar das Album und das Hörbuch. So, auch hier werden wir mal die Folie entfernen. So, wunderbar. Und das gleiche natürlich auch noch hier. So, passt. Einmal. Und zweimal. Gut, wir starten immer mit dem Album an sich. Das ist dieses hier Lightbuild. Cover kennen wir ja schon von der Box. Allerdings lesen wir hier jetzt Deluxe Edition. Und wir innen uns auf der Box steht Limited Edition. Also, ich gehe mal davon aus, das ist deswegen, ja genau. Wir haben hier einen Barcode drauf. Also diese Deluxe Edition kann man auch ohne die Box erwerben. Cover ansonsten ident. So, das Ganze kommt in einem Digi-Pack. Hier haben wir noch die Katalognummer, Albumtitel, Bandname plus Logo des Labels. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Das Spannende an diesem Album oder generell auch an der Band ist, dass die bilingual unterwegs sind. Also, sowohl deutsche als auch englische Lyrics haben. Das sieht man auch hier an der Trackliste. Zum Beispiel hier Track 15, The Way You Feel, Englisch. Und dann Track 16, Der Himmel brennt, offensichtlich deutsch. Ja, also 16 Tracks auf CD1. CD2, die Bonus-CD, beinhaltet auch nochmal 10 Tracks. Und hier haben wir dann auch diverse Features bzw. Remix-Varianten. Also unter anderem einen Ostfront-Remix oder einen Bedfloor-Club-Mix. Alternative, Reworked, Pseudogrupp-Project. Also hier ist jede Menge Zusätzliches dabei. Insgesamt dann 26 Tracks. Logos, Barcode, dann schauen wir mal ins Innenleben. So, das sind die beiden Hauptfiguren. Die Köpfe, so mehr oder weniger hinter Blutengel. Also einmal zur rechten Chris und links Ulrike. Und hier kommen wir dann zum Booklet. Allerdings da vorne noch so ein kleiner Flyer zur Blutengel-Tour. Die hat eben stattgefunden Anfang 2017. So sieht das aus. Merchandise gibt es natürlich auch noch. Und da sind noch andere Releases über Out-of-Line. Okay. Also das waren die Tour-Dates. Dann haben wir hier das Booklet. Das reguläre Booklet hier im Digi-Pack. Schauen wir mal rein. Foto und hier geht es dann los mit den Lyrics. Jawohl. So gefällt mir das. Lyrics hier alle abgedruckt. Seite für Seite, Track für Track. Dann hier die drei Hauptpersonen. Hinter Blutengel. Hier geht es dann weiter. Chris. Dann hier nochmals alle drei. So eine spannende Mischung. Allein schon von den Haarfarben. Also schwarz, blond und rot. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und zum Abschluss gibt es dann noch ein Foto von Ulrike. Einmal alle drei. Und natürlich die Credits zum Album. Ja, soweit zum Booklet. Packen wir wieder rein. Hier übrigens das Cover. Nur eben ohne die Dame und ohne dieses steinerne Pult. So, Booklet wieder zurück. Ebenso wie den Flyer. Dann haben wir CD Nummer eins. Auch wenn sie gerade nicht raus will. CD Nummer eins. Light Build. So sieht das aus. Hier lesen wir auch nochmal CD eins. Und auf der rechten Seite dann die Bonus CD. CD Nummer zwei. Sieht so aus. Und hier lesen wir auch CD zwei Bonus CD. Gut, soviel zum Album, das hier im DigiPack kommt. 26 Tracks samt der Bonus Tracks, eben samt der 10 Tracks. Dann haben wir ein weiteres DigiPack. Und zwar hier das Audiobook, das Hörbuch. Lebe deinen Traum von Chris Pohl. Auf der Seite sieht das so aus. Auf der Rückseite lesen wir noch das Hörbuch. In 24 Kapiteln gelesen von Chris Pohl. So, das gibt es natürlich auch. Abseits der Box zu kaufen. Hier haben wir nochmal Chris gerade am Rauchen scheinbar. Und hier zwar kein Booklet, aber man hat die Infos hier reingedruckt in diesen Mittelteil. Das ist die Kapitelübersicht. So sieht das aus. Und dann haben wir jetzt die Nummer eins. Ist hier in schwarz, weiß und gold. Und dann haben wir jetzt die Nummer zwei. Ebenfalls in schwarz, weiß und gold. Jawohl. Gut, das war es mit dem zweiten DigiPack. Und jetzt haben wir hier noch so ein transparentes, ein durchsichtiges Case. Also hier gibt es kein Cover oder ähnliches. Aber wir haben hier auch eine CD drinnen. Und die ist passenderweise auch transparent. Und zwar sieht das Ganze so aus. Also in der Mitte das BE, das Blutengel, die beiden Initialen. Und ansonsten rundum dann abseits dieses Artworks hier tatsächlich transparent. Ja, Tracklist haben wir hier auch keine irgendwo vermerkt. Meines Wissens sind auf dieser CD drei Bonus-Tracks. Ich glaube auch unter anderem ein Akustik-Track. Eventuell können wir das nochmal kurz so drehen, die CD, dass es auch wieder richtig rum ist. Also dass das BE nicht auf dem Kopf steht. So, ja, jetzt ist es glaube ich besser. Gut, und mit den anderen Tracks wären das dann 16 plus 10, 26 plus die drei 29 Tracks. Plus dann auch noch die zwei CDs zum Hörbuch. Da gibt es echt eine Menge auf die Ohren. Und als letzten Boxinhalt. Ah, hier haben wir es. Na bitte, danach habe ich ja gesucht. Genau, CD 3. Hier lesen wir es. Also Anders Sein, Der Himmel brennt und Wasting the Years. Wir haben hier einmal ein Rework, einmal eine Symphonic Version und einmal eine Akustik-Version. Ja, all das. Auch hier nochmal die Credits zu den drei Tracks, die Infos. Wunderbar. Gut, und dann haben wir hier ein Booklet und zwar, ja, in A5. Also das Booklet, das wir schon im DigiPack hatten. Hier nochmal etwas ansehnlicher, etwas größer. So sieht das aus. Sowohl die Lyrics als natürlich auch wieder die Fotos drin. Denn das DigiPack gibt es natürlich regulär, wenn man sich das Album kauft, im DigiPack auch so. Aber dieses Booklet hier in A5 im Hochformat, das gibt es natürlich nur exklusiv in der Box. Ja, das war's. Ich werde gerade irgendwie den Verdacht nicht los, dass die Dame hier, die auch zu Blutengel gehört, die hier vorne ist. Also ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube fast, dass sie das hier ist, die hier abgebildet ist auf dem Cover. So, weitere Fotos, weitere Lyrics, das haben wir ja alles im Booklet, im regulären Booklet schon gesehen. Und jetzt bin ich gespannt. Ah, okay, hier haben wir auch noch zu CD2. Gut. Weitere Lyrics. Ja, also. Das erweiterte Booklet hier im A5 im Hochformat. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Booklet in A5 im Hochformat. Dann haben wir diese Bonus-CD mit den drei zusätzlichen Tracks. Das Hörbuch Lebe deinen Traum von Chris Pohl im Digipack. Und natürlich das Album an sich, Leitbild mit 16 plus 10 Tracks ebenfalls im Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Leitbild von Blutengel. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Blutengel unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.